Liebe Freunde, vor einigen Minuten war es endlich soweit. Riot hat endlich bekannt gegeben, welcher Champion dieses Jahr den Victoria Skin bekommt. Für alle Leute, die es nicht wissen, der Victoria Skin ist der Skin, den ihr bekommt, wenn ihr in der Gold Elo oder höher spielt. Dieses Jahr wird es sein, die gute alte Zivir. Schon länger war bekannt, dass es ein ADC sein wird. Jetzt haben wir endlich die Bestätigung, Zivir, ein ADC, der wohl am meisten Impact dieses Jahr auch in den LCS Games hatte. Ein sehr selbstständiger AD Carry, der mit seiner Ultimate eine ganze Gruppe zu Sieg oder auch zur Niederlage verhelfen kann. Ich bin gespannt, wie das Ganze im Endeffekt im Spiel aussehen wird. Hier haben wir das erste Bild, so wie die Riot-Meldung dazu. Sieht auf jeden Fall richtig fetzig aus. Wird wohl eher in diesem bläulichen, goldenen als auch weißen Stil sein und eine blonde Zivir. Wer hat das denn nicht gerne mal gesehen? Das Skin Spotlight zum Victoria Skin Zivir werdet ihr natürlich auch auf dem Kanal hier finden, sobald er auf dem PBE spielbar sein wird. Ich hoffe, das Ganze hat euch hier gefallen. Wenn ihr das Skin Spotlight und sonst auch nichts rund um League of Legends verpassen wollt, abonniert doch einfach den Superbody. Denn dann freue ich mich und ihr verpasst absolut nichts mehr. In dem Sinne würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns im nächsten Video spätestens beim Victoria's Zivir Spotlight. Bis dahin euer Buddy und noch viel Glück in der Kluft und viel Spaß bei den Worlds. Ciao!